Also, wie meine Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, wir sind es weiter, unterdessen ein kleines Drehenblick. Und ich bin der Hand Brugli. Und wir sind extra nochmal ein Stückchen durchgefahren, weil wir haben unseren roten Kopf gegessen. Und dort ist, wir haben eine CD drin, oder? Also die Frau Flora hat ja eine CD gemacht, und zwar zum Titel «Männlich-Gattung». Und jetzt machen wir hochgeschnell da, hast du das Mikrofon? Ja. Und das ist ja vom Coop, gell? Also, wir müssen es noch annehmen. Jetzt machen wir eine spontane Umfrage, gleich eins zu eins live. Grüezi wohl miteinander. Wissen Sie, was die Männlich-Gattung bedeutet? Also, wenn sie es so macht, heisst es nein. Ja. Können wir das nochmal fragen? Jetzt müssen wir schauen, ob er eine typische Kopfbewegung macht. Oder ja? Ja. Er ist am Filmen. Jetzt gehen wir ein bisschen da durch. Äh, magst du noch ein paar Kabel? Ja. Einfach hin und runter. Können Sie wohl miteinander fragen? Ich frage mal, wenn jemanden, weisst du, was Männlich-Gattung bedeutet? Nein. Nein. Nein, das ist falsch. Äh, ja gut, nein, halt. Weiss, er weiss, er weiss, was Männlich-Gattung bedeutet. Das bedeutet, das bedeutet, das ist alles ferndeutsches Wort. Ich frage mal. Verschiedene Haufen. Bravo, bravo. Haben Sie gehört? Verschiedene Sachen. Bravo. Ich wollte sagen, jetzt wollen wir fragen. Oder wollen wir fragen? Weisst du, was Männlich-Gattung bedeutet? Kannst du dir schnell sagen? Ja, das kann ich, ja. Es gibt viele verschiedene Sachen. Also, Schnitt, bei 100 wird geschnitten, 100. Also, Fräulein, kannst du mir sagen, was Männlich-Gattung bedeutet? Es gibt viele verschiedene Sachen. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir das in der Regie geben können. Wir können zwangschneiden. Ja, ja. Also, können wir schnell schauen. Äh, Claire, kannst du mir das Mikrofon abnehmen? Ja. Ja, was, ja? So. Dann kannst du mit dir... Wir wollen jetzt schauen, was wir die Zähne haben. Komm, Claire, du musst mir da helfen. Oh, sie. Hä? Oh, sie. Was? Ja, sie. Ja, sie. Ja, sie. Ja, sie. Du, Claire. Entschuldigung. Ja, ich muss nicht abtäuschen. Nein, sorry. Aber jetzt sag doch mir mal, siehst du wirklich so schlecht wie du ausgesehen? Ja, ja. Was hätte dich heute grüllen können? Wo hast du die Posten gebildet? Ja. 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 Hast du die Brille? Was hat die gekostet? Ja. Ja. Wir müssen einiges machen. Gell? So. Ja, ich muss da noch ein bisschen Platz haben. Wo haben wir jetzt auch? Mal schauen, ob wir die CD haben. Warte mal, das brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Ähm. Muss jemand noch eine Reserveball machen? Nein. Ja. Ja. Irgendwo, irgendwo da drinnen muss sie sein. Irgendwo. Oh, das ist noch, Claire, das ist noch dein Backkneit. Ja. Ja. Jetzt kommst du nicht vor. Ja. So. Oh, damit. Ja, Heimatler. Jetzt kommt sie vor. Ein bisschen eingegangen, gell? Ist ein bisschen eingegangen. Jetzt kommt sie vor, die neue Krawatte. Macht schon Gattung, hä? Hä? Was macht noch Gattung, hä? Gut, die hat sie wenig schlecht. Die ist noch am Brunnen vor dem Tor. Oh, ich habe sie noch gewaschen. Äh. Apropos waschen. Kann mir jemand noch etwas Wasser holen? Möchtet ihr noch einen Tee machen später am Abend? Hä? Ich tue das da nicht, dann habe ich jemanden, um das Wasser zu holen. So. Äh. Du, Claire. Aha. Wieso habe ich da meine Jugendhaare noch drin? Wieso? Das habe ich früher noch ausgesehen. Ja, was noch nichts auch gewesen sind. Genau. Also. Jetzt noch ein Päckchen Frauenfürchtes. Was hast du für italienischen Kaffee? Ist gleich, hä? Ja, dann machen wir es. Also. Da hat's noch. Hoppla. Du, Claire. Ja. 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 Und da ist sie. Ja. 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 Hier ist sie! Das ist unsere neue CD. Schau, siehst du! Ich höre voll Chlor in den neuen Fösen. Also da. Ah! So ist es. Das passiert eigentlich so zu sagen nie. Also das ist unsere neue CD. Ich habe da schnell die Kamera drin. Wir haben verschiedene gemacht. Wir haben eigentlich drei Stück gemacht. Weil Claire haben wir müssen. Also Karin musste separat spielen. Und ich war separat der Böckse. Also Peter holte den Pöckse gar nicht aufgenommen. Jetzt mussten wir drei CD machen. Jetzt müsst ihr halt schauen, wenn ihr diese wollt. Das geht schon. Ein Schuh zu spannen. Hat jemand noch einen Schuh zum spannen? Das ist noch so spannend. Also ich habe diesen. Ich habe diesen. Sicher. Komm, Partner. So spannend. Ja. Wo ist er das besser? Der hat den Pedal. Er hat den Pedal. Hauzi? Ja. Hauzi? Ja. Wo bist du? Hauzi? Ja, ich komme. Hauzi? Hauzi? Ich komme. Hauzi? Ich komme. Hauzi? Hauzi? Du bist ein alter Schaf. Das ist so. Hauzi? Hauzi? Ohi, die Toilette. Das heisst ja hier auf Deutsch. Schiessenwasser. Also, wo habt ihr jetzt unsere CD? Eben, wenn ihr die Posten möchtet, müsst ihr jetzt gleich Geld für einen ... Oder dann müsst ihr zuerst schauen, dass man irgendwie ... Wer will überhaupt das eine CD haben? Ja, kommen wir dann. Ja, gut. Ja, ihr müsst einfach nur machen. Normalerweise kostet sie ... Wie soll man sagen? Normalerweise kostet sie 25, oder? Aber dann habt ihr ja ... Also, ich meine, das ist blöd, so muss man gehen, oder? Dann machen wir 30. Machen wir dir 30. Und dass ihr gleich wieder etwas habt, um nachher noch in den Pott reinzutun, dann haben wir ruhig ein Fäufchen Schrecktuch. Dann könnt ihr immer noch ein Snötchen verpacken. Ist gut. Also, wenn wir das Geld abspitzen, dann kommen wir mir dann nächstens vorbei. Was haben wir noch nicht? Haben wir alles? Haben wir eigentlich ... Dann musst du nachher mit dem Schil nehmen, dann kannst du gleich ... ... den hier, der kann sich schneller mit abziehen. So. Ja. Ist gut, he? Ja. Also, jetzt müssen wir ... In diesem Fall müssen wir jetzt noch ... Wo haben wir doch die ... Weisst du, wir haben doch die 10, haben wir doch müssen ... ... schauen, dass es nachher Jungen gibt von denen. Ja, wir können gleich schauen. Ja, wir können gleich schauen. Ja, wir können gleich schauen. Also, wir kommen wieder. Adios und jetzt. Wir kommen. Kaffee-Bedronaut. Wo haben wir unsere CDs? Hä? Hast du schon vor? Ja, vorsichtig. Ja, vorsichtig. Jetzt sind wir zu den Pedalen rausgeschossen. So, wo ist die ... Ja, vorsichtig.